Ich bin hier. Wo bist du? Unten. Komm, sehr gut. Wieder eine schmaler Graben. Schlucht, wie auch immer. Ich denke mal, uns geht es immer schlechter. Das Wild wird auch dunkler. Und wir sind jetzt hier irgendwie. Es sieht aus wie eine Mauer oder wie eine Burg. Auf jeden Fall auch wieder fucking windig. Oh. Oh Gott. Kalt, kalt, kalt. Ich bleib mal über hier. Dann dort davor zum Linken, dann zum Rechten. Komm. Sehr gut. Bleib hier. Komm weiter ran. Oh, oh. Okay, dann hier hin. Da unten sind ja auch noch jede Menge Wege nach oben. Ich denke mal, da müssen wir uns da vorne rechts anhalten. Go, 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 go. Bleib doch, komm doch mit. Ja, ja, komm, komm. Ich schaffst du noch. Nein. Aber jetzt. Sehr gut. Können wir uns ein bisschen wärmen, ja. Bleib. Komm. Hat er mich noch nicht geschafft. Ah, wir warten. Wir sind Freunde. Und hier kaum noch aus. Komm, wir rüber. Ja, ja, ja. Ah, wieder weg. Wir warten. Wir haben ja Zeit. Da wird wieder zu lange. Nee, die ist verschärft das. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hä? Warte mal kurz. Komm. Ich schaffst du da nie. Fliegst du da immer runter? Nee. Sehr gut. Sehr gut. Da oben ist der Berg zu sehen. Was war das? Jetzt einfach quer durch hier. Ich denke mal, hier wird auch nochmal so ein fucking Vieh sein. Die Witter. Oh. Eigentlich reißt du mein Schal auseinander. Oder? Ja. Fuck. Ich hab keinen Schal mehr dran. Ich hab noch ein ganz kleines Fitzelchen. Oh. Das war's mit meinem letzten Fitzelchen. Komm, es ist nicht mehr weit. Ohne Schal können wir es schaffen. Wir können immer noch laufen. Mir kommt von überall der Wind. Rechts, links, links, rechts. Komm, bleib bei mir. Oh, es kommt da. Wo bist du hin? Warte, also. Sehr gut. Wo ist der Berg? Ich seh ihn schon bei mir. Ah, da. Oh Gott. Ich kann kaum noch. Komm. 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 Weiter. Immer weiter laufen. Nicht stehen bleiben. Den Berg entgegen. Nicht die Sonne entgegen, sondern den Berg. Oh mein Gott. Wir werden nur schwächer. Oh Gott. Wo ist der Berg hin? Der Berg ist weg. Nur Lauf. Lauf. Ich drücke aber extra nochmal X. Und Kreis. Boah. Weiter. Na, jetzt wird es nicht gleich gewesen sein. Oh. 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 Ruh im Sturm. Ein weiser Bildschirm. Passiert dir noch was? Da liegen wir. Schade, dass man ihn nicht hinter uns irgendwie sieht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gestalten. Oh, sechs. Ich würde das eigentlich irgendwie Frauen nonnen nennen. Aber warum? Sind halt weiß. Ist das jetzt automatisch der längste Schaub? Oh, der ist schön lang. Mit voller Energie. Superband. Boah. Superband. Flieg und Sieg. Okay. Aber ich kann mich bewegen. Ich habe nochmal gerufen. Flieg ist mal das Licht. Ah. Da hinten ist er. Ich komme. Geil. Oh. Ich müsste mal wieder jemanden hier rufen. Hier ist eine Brücke. Ich komme. Ich komme. Mach doch nicht so schnell, mein Bruder. Wo bist du denn? Bist du hier lang? Ah, naja. Huch. Jippie. Ich denke mal hier, die wird bestimmt er sein. Oh, erstmal ganz gechillt hier lang laufen. Oh, geil. Mit Wasserfall hier. Hammer. Ich kann eigentlich auch jedem empfehlen, das Spiel wirklich mal selber zu spielen. Und das alles mal selber ein bisschen zu erfahren. Und mit diesem... Ich bin ja sowieso jemand, der keine Horrorspiele spielt. Weil ich da einfach nicht klarkomme. Ah, da ist er. Und auch hier mit diesem... Ah, hier können wir höher. Mit dieser beklemmten Stimmung. Da komme ich überhaupt nicht klar. Weil ein Spiel soll mich da unterhalten und nicht irgendwelche Ängste lernen. Ja, sehr gut. Oh, geil. Wuhu. Ja, da tauchen wir nochmal ein und wieder hoch. Jetzt müssen wir hier rüber. Ich kann nur, wo mein Kollege ist. Ich werde da mal oben warten. Und hoch. Ah, er ruft. Also kann auch nicht so weit sein. Oh, es ist schon vor uns. Entgegen der... ...der Sonne. Auf jeden Fall werde ich hiervon noch mal warten. Und hier warten wir jetzt mal. Und ich glaube auch egal, wie lange es jetzt dauern wird. Und ich warte hier. Ich werde mich hierhin stellen und warten. Oh, mein Schal ist wieder weg. Wo ist er denn? Freund? Ah, da kommt er. Ah, er verliert auch seinen Schal. Yay. Fangen wir mal an den Herz. Gucken, ob er es merkt. Soll ich mal einen Penis malen? Alter, ich mal meinen Penis. So. Naja, man sieht es nicht. Schade. Was malt er? Was ist das denn? Was auf, was auf, was auf. Hier. Ey, ich hab's drauf. Was auf. Hier so. 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 Und so. Das ist ein Schwanz. Komm, wir gehen. Cool. Ach, wirklich. Echt tolles Spiel. Und ich hoffe auch, dass es alles mit der Aufnahme hingehauen hat. In irgendeiner Art und Weise. Komm, lauf. Hier kommt uns, ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, hier kommt uns was entgegen. Aber was erwartet uns jetzt hier? Das ist halt uns die große Frage. Was soll uns hier noch erwarten? Vielleicht irgendwie so ein Master Key, damit die ganze Welt wieder in Ordnung ist. Oder vielleicht ein schöner Ausblick auf die Welt. Genau. Auf unsere Welt. Ich kann noch nichts mehr. Keinen Kreis mehr drücken. Ich kann mich nicht mehr mit den Kollegen unterhalten. Was ich eigentlich eigentlich relativ schade jetzt gerade finde. Oder unterhalten kann man es ja schon so nicht nennen. Vielleicht wartet auch hier oben hier diese sechs Frauen oder die eine Frau. Na gut. Ich glaube, ich kann mich da nochmal... Wenn man lange genug gedrückt hält, sagt er noch was. Aber sonst wird es echt schwer. Journey. Komm, wir gehen. Komm. Man muss halt sagen, ich kenne diese Person nicht. Also ich weiß nicht, wer es ist. Ich kann jetzt und ich könnte jetzt auch nicht nachgucken. Das weiß man halt erst. Wenn man am Ende das Spiel jetzt beendet, dann sieht man das wohl. So habe ich das jedenfalls mal gelesen. Und wir gehen jetzt hier rein. Ach. Und ich kann auch nichts sagen. Weil ich denke mal, diese Bilder sprechen ihre eigenen Worte. Ach, die Musik. Oh. Man sieht zwei Schatten. Kommen die näher oder laufen die weg? Die laufen weg. Ich bin zu ruhig. Ich will das halt gerne hören. Okay. Musik ist aus. Weißer Bildschirm. Schnee. Der Berg. Man sieht den Berg. Es steigt was nach oben. Oh, ich hole mir nicht gerade die Hülle. Schnuppe den Stern. Ich wollte nicht mehr kennen. Ich danke euch für dieses schöne Spiel. Created by that game company. Jetzt weiß ich immer noch nicht von wem das war. Oh, Spiele-Tipp. Habt 90 Punkte dafür gegeben. Und ich den Namen lese jetzt nicht alle vor. Ich lasse das einfach mal so ein bisschen aufrecht wirken. Schauen wir mal kurz noch hier das Spiel weiter an. Die Hülle. Liegen wir hier mal die Controller zur Seite. Ach hier genau. Santa. Santa Monica oder so. Hat das entwickelt. Und halt Z-Game. Ne ja. Z-Game Company. Was steht hier noch drauf? Märchenhaft. Beeindruckend. Inspirierend. Wie eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht. Hat vor Players.de gesagt. Über das Spiel. Ein absolutes Meisterwerk. Spieletipps.de. Hab ich gerade eben schon gesagt. Aber woho. Spieletipps hat es sogar einen Golden gegeben. Eins bis sieben Spieler. Aha. Ich denke mal das ist nur das andere was alles hier mit drin ist. Ich hole mal das Heft raus. Gutscheincode. Mensch was ich hier alles erst sehe. Ach ja. Also das Spiel hat mir wirklich. Möchte ich halt auch noch mal sagen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war halt mal wirklich was anderes. Kein Ballerspiel. Kein... Ja. Halt mal wirklich was. Was sich von der Masse abhebt. Und das hat mir halt wirklich so. gut gefallen. Und bin auch froh. Dass ich das Spiel jetzt wirklich. Endlich mal durchgespielt habe. Sodass ich jetzt mir alles angucken konnte. Ich schaue mal hier mal ein bisschen weiter. Im Heft rum. So. Journey Flower. Kann ich auch vielleicht auch mal zeigen. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare unten rein schreiben. Ob ihr das vielleicht auch mal sehen wollt. Aber das ist wirklich. Ist nicht das Beste. Aber wenn ihr natürlich das mal sehen wollt. Mache ich das natürlich gerne. Speichert. So. Jetzt hätte ich mal gerne auch gewusst. Wenn ihr gespielt habt. Die Credits. Ja. Und was kann man halt. Ja. Manche Fragen steht. Und was ist denn der Spielsinn von dem Spiel. Ich finde der Spielsinn des Spiels ist. Der Weg ist das Ziel. Also. Eigentlich mal. Wie soll ich sagen. Wenn jetzt du. Vielleicht mal irgendwo hinfährst. In den Urlaub. Wie ich das schon viel gemacht habe. Soll ich schon nach Schweden reise. Also ich war halt schon. Hab schon viele. Reisen. Oh. Mein Gebet hat halt gerade vibriert. Viele Reisen nach Schweden gemacht habe. Fand ich auch. Die Reise bis dahin. War eigentlich schon. Ist schon eine Geschichte wert. Sag ich mal so. Und so fand ich. War das halt hier auch. Man hat halt nie gewusst. Was jetzt hier auf dem Berg. Uns noch so schön ist. Alles. Was da uns erwartet. Aber halt die Reise bis dahin. War halt schon. Ist halt eine Geschichte wert. Und das fand ich halt cool. Mett aus Burm. Und ich denke mal vielleicht. Oh die. Genau. Wir. Sind jetzt hin. Zu dem Mond. Zu der Sternschnuppe. Und die Sternschnuppe. Fliegt jetzt vielleicht nochmal über die ganze Karte. Und reinigt die vielleicht. Man sieht uns. Oh hier unten hat auch gerade einer gesessen. Oder irgendwie so. Die Wacht vielleicht da drüber. Oder. Genau hier haben wir nämlich wieder angefangen. Und ich glaube. Das Spiel geht dann glaube ich wieder von 9 los. Oder? War das nicht irgendwie so ganz. Kusch. Okay. Nacht. Ich glaube den Smid. Alone the way. So guter Wager. Was hat es tun? Was hat es denn da zu? Sie haben eine Trophäe verdient. Überquerung. Aha. Wiedergeburt. Das ist dann wieder. Neue Reise. Nö. Das war's. Ich werde mal schnell nochmal gucken. Vielleicht schneidet es noch mit rein. Wer jetzt hier mit mir dabei war. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Ich habe euch hat das Spaß gemacht. Dieses Let's Play. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielleicht schaut auch mal in andere Videos bei mir rein. Oder andere Playlisten. Vielen Dank. Und ich sage erstmal Tschüss. Und jetzt gucke ich mal wer da bitte dabei war. Lettletletlet. Wo waren das gewesen? PSN? Ne PSN war es nie. Hier Spielerbegegnung. Ach er war. Ach so. Es waren mehrere Leute gewesen. Ich verstehe es. So roter Barker. Barker. Haben wir getroffen. Genau. So roter Barker. Redstone. Und Marazellatou. Haben wir gefunden. Ach so. Gut verstehe. Gut. Dann sage ich jetzt Tschüss. Sehen wir uns im nächsten Video. Lasst es sich gut gehen. Tschüss.